Herzlich Willkommen in der nächsten und weiteren Folge von Dragon Ball Z. Hier machen wir direkt weiter natürlich. Wir müssen das Ding im Finale schaffen, sonst können wir den fortgeschritten nicht freischalten. Das ist ja sowieso alles noch, denkst, Anfänger. Bei Fortgeschritten, also Profi-Liga, ist genau dasselbe. Erster Kampf Anfänger. Alter, Trunks wird die Nummer. Entweder Goku oder Trunks im dritten Kampf. Ach du Scheiße. Das wird jetzt richtig heftig. Wenn ich das schaffe, danach... Dann ist aber der Weg frei. Das Finale. Es war's! Oh nein, Trunks. Er hat Goku besiegt. Scheiße. Der letzte Mal wieder ist. Er hat Neuer Drunks, oder? Der Drunks ist tot. Der Drunks ist gut. Beregnete ich準備ielle? Dein harder! Die Taryajin ist jeden Fall. Geil! Hat funktioniert! Geil! Hat funktioniert! Hat funktioniert, Digga! Hat funktioniert! Geil! Jetzt kriege ich mal ein bisschen Kohle. Das ist ja für den Kampf, wenn ich gewinne. Ich kriege aber jetzt auch schon Kohle. 10 Riesen oder 15 Riesen oder... 10 Riesen! 10 Riesen! 11 Riesen! 18 Riesen! 18 Riesen! Ich habe nicht gezählt. Nein, tot. Der hätte eigentlich Ring out machen müssen, Digga, und haben es nicht gelten lassen. Na schön. Aber gut. Krieg ich jetzt? Zehn Tausend. Das versteht mich jetzt, Digga, ich hätte 30 Riesen natürlich kassieren können. Finale gewinnen und fortgeschrittener 50 Riesen. Viermal geworden, Digga, 200.000. Ich hab's auch schon was anderes kaufen. Ah, direkt Doku rauselfen, das ist gut. Sön Gokun, sind Sie bereit? Sön Gokun, sind Sie bereit? Das ist ja gut, Alter. Was ist das? Herzlich gut, Gebert, holler. Jeder könnte zum Problem werden. Der zweite Spiel wird starten. Die Kieler und die Kieler. Die Kieler und die Kieler. Ist es gut? Die dachte ja da wird der von der ringhaut der anfang an die ringhaut ich gehe da kann der problem das ist ein schönes johannes kam Ja! Ja! Ja, ne? Wie ist das? Fakt! Ja, ne? Das war's für heute. Yes! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, geil! Ja, nicht stark, aber... Er wollte sich nicht rausdrängen lassen. Endlich, Final Gun! Geht doch! Das war's für heute. 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 Nee, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, die kosten überall Riesen, Alter. Kamihamihan, Kinguhan Ständige K.I. Explosion Angebot der Wache Monster Form Anfeuern Mauerquetsche Elegante Kanone Schein Arigatou. Arigatou. Hier das noch ein Riesen, dings. Mit dem hier, Milchkasten, dags, ich bin nicht daheim. Hier, 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 Dings. Danke, wiederh segur. Auf Wiedersehen. Deine Erstaunten. Deine Erstaunten. Bye bye Ja circa fast Trainings Ach das Lufthammerdinger Was sich das anhört Voll in der Quetsche Also Okay Oh 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 Scheiße Ich musste gerade so an den Dragon Ball gedacht Dann kommt er Das ist nicht genug Kohle Das geht mir so auf den Sack Alter Dass ich immer nicht genug Kohle abwesend sein kann So jetzt haben wir das noch dann sehr gerne noch rein Wenn ich jetzt in die Story gehe. Könnte sein, dass es wieder aufs Reihe ist. Warte. Okay. Vielleicht muss ich Mr. Satons Legende schaffen. Aber da habe ich jetzt erstens keine Lust, zweitens noch nicht. Ist doch zu früh. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt. Weil das ist wirklich schwer. Ich glaube, wenn du zum ersten Mal einen Sieben Dragon Ball aktivierst, dann wird es heftig. Dann haben die so eine Power. Heftig. So, gleich gegen Doria. Ich habe auch mal eine Zeit lang, da habe ich nur Doria gespielt sogar. Ich habe auch mal einen Sieben Dragon Ball. Killer Ball. Ich habe auch mal einen Sieben Dragon Ball. Ich habe auch mal einen Sieben Dragon Ball. Ich habe auch mal einen Sieben Dragon Ball. Der war gut, der war echt gut. Das ist kein Anfänger mehr. Aber gut, dass ich gegen Goku kämpfe, weil da ist er noch schwach. Ich glaube, dann erwartet mich aber Trunks im Finale. Es gibt nur drei Möglichkeiten. Entweder du spielst Goku, dann hast du Freeza. Oder du spielst Freeza, dann hast du Goku. Oder du hast Trunks im Finale. Oder du spielst prueba, dann hast du krig. Ich bin ein bisschen dermiyor. Kichel, wenn ich noch zu hast. Der war auch mal einen dirklar. Ich geh mal kurz ab. Der war auch mal eine Luftgefläche. Oh. Ich denke, dass du siehst. Ein bisschen kinderst corporatisch. Der war auch mal eine Schlange ist. Ich bin der Fall. Ich stege den Streitheim-Map. Yes! Die Säge sind in der Mitte. Schauen wir mal auf die rechte Seite. Schauen wir uns nicht switchen. Sieht ihr? Oder Vegeta? Vegeta ist das Finale. Ich glaube, Vegeta ist das Finale. Glaub mir, Vegeta ist das Finale. Geht ihr? Geht ihr? Das war's für heute. Ich muss nur noch einen Kampf gewinnen, Digga. Dann kriege ich auf alle Fälle 25.000. Ich muss nur den Kampf gewinnen, da entstehen 25.000 im Raum. Ich hoffe, sie schafft Raditz, ist stark. Er ist nicht ohne. Dann kriege ich auf alle Fälle 25.000 im Raum. Dann kriege ich auf alle Fälle 25.000 im Raum. Dann kriege ich auf alle Fälle 25.000 im Raum. Dann kriege ich auf alle Fälle 25.000 im Raum. Dann kriege ich auf alle Fälle 25.000 im Raum. Fuck you, Digga. Nicht mal Kohle kriege ich. Für den dritten Platz hätten sie auch mal auf jeden Fall Kohle geben können. Aber nein, das geben sie natürlich nicht. Ja gut, ich hoffe es hat euch gefallen. Weil das war jetzt der letzte Part. Ich laute jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Folgen hoch. Alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Vor allem aber auf jeden Fall einen Kommentar. Ciao, ciao.